Wir fahren von Neuwed am Rhein nach Ungl. Hallo und willkommen. Ich bin Freisteiheidi. Den Rhein haben wir immer an unserer linken Seite, oft mit einer tollen Aussicht. Wir fahren durch ein paar schöne sehenswerte Orte. Und nun viel Spaß. 10 km der Straße folgt. 10 km. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020